So liebe Leute, willkommen hier zurück zu Bioshock. Wir müssen jetzt mittlerweile ein Big Daddy werden, damit wir durch die Tür und zu Fontaine kommen können. So, haben wir den ersten Teil. Wir haben einen Anzug gefunden. Und dann sind wir im Geschäft, wie man so schön sagt. Na sehr schön, haben wir ja nicht mehr viel vor uns. Jetzt schieße ich hier auf meinen eigenen Bot, das kann doch nicht wahr sein. Was fliegt denn der blöde Steps so da durch die Gegend? So, nachladen. Ich muss hier noch Helm und Stiefel finden und den Stimmenverzerrer natürlich. Ich bin hier nicht. Topsisch! Na komm, Tür auf. Und da ist er. Haha, von hinten erschossen. Ich bin ein P-Zone. Warum hat die gerade nicht geschossen? Das sieht ja spaßig aus, was man hier machen kann. Aber klar doch, ich kann warten. Ich warte bereits schon sehr lange. Das ist schön, dass du warten kannst. Finde ich auch sehr anständig von dir. So, ich muss mich jetzt hier weiter durch diese Labor. Warte mal, ich gucke mal auf die Karte. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ah ja. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich muss hier mal rechts reingucken, weil... Hier war ich noch nicht drin. Hallo, ist da draußen was? Nee. Hallo? Ich hole den Lensister. Was bist du? Oh. Haha. Junge. Junge. Wo bist du? Stopp mal, hier hat doch irgendwas gerade noch um mich geschossen gedacht. Ja komm, die nehmen wir mal mit, die Kleine. Nein! Nein! Doch, werd ich nicht, hat gar keinen Sinn. Danke. Danke. Was kann ich schon für die Kleinen tun? Ich bin beschmutzt durch meine Sünden. Aber du, vielleicht kannst du ihnen eine Zukunft eröffnen, die ich gar nicht ermessen kann. Eine Kleine ist mit einem Geschenk auf dem Weg zu dir. Sei bitte vorsichtig. Das hört sich doch super an, mal wieder. Die Stiefel. Ich war mir so sicher, dass die Stiefel hier sind. Verdammt. Fehlende Stiefel. Verdammt nochmal, die Big Daddy Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Ja. So einfach kann sich das anhören. Oh ne. Besoffen. So. Ich mach mal kurz ne Pause. Bis denn. So liebe Leute, ich musste gerade mal ans Telefon gehen. Da bin ich auch wieder und es geht weiter. Wir müssen hier zum Big Daddy werden. Immer noch. Und die Stiefel sollen irgendwie in die Bibliothek geliefert worden sein. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wo wir das finden. Ähm. Ja. Wo ist denn hier eine Bibliothek? Warte mal. Von da kommen wir. Gibt's hier noch einen anderen Ausgang? Haupthalle. Main Hall. Ne. Hier hatten wir jetzt alles schon durchgegraben. Da waren wir. Alles klar. Da hab ich ein Loch reingeschossen. Ist auch nichts passiert. Was ist das überhaupt hier? Das leuchtende... Sieht aus wie ein Tunica Behälter oder sowas. Äh. Tunica. Tonica meine ich. So. Dann suchen wir mal weiter. Ich geh mal... Da sind wir gerade reingegangen. Ich geh mal hier hoch und schau mal was hier oben los ist. Es piepen die Computer lustig vor sich hin. Big Daddy holen wir uns an. Diese Big Daddies stinken furchterregend. Vielleicht könnte man das ändern. Aber die Little Sisters scheinen diesen Geruch zu mögen. Jetzt brauchen wir Rekruten. Wenn du ein Big Daddy wirst, gibt es keinen Weg mehr zurück. Aber Ryan sagt, keine Sorge. Rekruten finden ist kein Problem. Dieser Ryan ist ein guter Mann. Dieser Ryan ist ein guter Mann. Ja, schön. Wir haben ihn getötet. Weil wir dachten, er wär böse, weil Atlas uns beschissen hat. Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln! Hm, er wird nicht zweifeln und wir sind glaube ich jetzt gerade hier im Kreis gegangen. Nein, da haben wir den Helm! An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden außer Schmerzen. Ach, sieh dich an. Du siehst genau aus wie diese. Ach, was haben wir nur getan? Ja, was sagen wir? Jetzt die Stiefel. Ja, die besorgen wir uns auch. Wir gucken erstmal hier, Hackers Delight. Haben wir das überhaupt ausgewählt? Nee, es werden wir nicht hackst. Eine große Menge Gesundheit und Eve. Ja, so oft hacken wir ja nicht. Was war das hier eigentlich? Du erhältst eine kleine Menge Eve, wenn du den Schaden mit der Rohrzange zuführst. Ah ja, alles klar. Lagen wir das mal hier in der Genbank. Und dann nehmen wir natürlich diese hier mit. Du hast mich dazu getroffen! Du hast mich dazu getroffen! Du hast mich dazu getroffen! Immer truff hier! Immer truff hier! Immer truff hier! Immer truff! Auf die Massenvernichtungsdinger! Genau! So! Hier tappelst du noch ein bisschen. Haben wir auch gleich ein Splicer-Organ mitgenommen. Da ist noch eins. Komm, dann nehmen wir das so mit. Du kannst nicht mehr Stickstoffgranaten tragen. So! So! Trotzdem müssen wir jetzt immer noch die Bibliothek finden. Und wir müssen noch unseren Stimmenverzerrer finden. Feud Assemblings! Wo müssen wir lang? Piep! Gibt's da unten eigentlich noch was? Ich hab mich schon gewundert, warum es hier nicht mehr weiter geht. Einen Autohacker haben wir gefunden! Und hier ist das Ding kaputt. Na super! Äh... Nein! Hier! Fertig! Weißt du! Einzig solltest du mir dankbar sein! Ich habe dich hierher gebracht! Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist! Alle haben dich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin! Alle sind böse! Alle sind gegen dich! So! Was haben wir hier denn? Schaltpult! Ne! Nix! Schaltpult! Ne! Geht auch nix! Schaltpult! Benutzen! Was piept denn hier so blöde? Hier, guck mal! Das können wir mitnehmen! Stickstoffgranaten! haben wir voll! Tisch kann man noch untersuchen! Was ist wirklich das hier? Passiert da was? Aha! Auf jeden Fall haben wir jetzt sämtliche Flammen hier mal ausgemacht! Komm ich da irgendwie mit rein? Ne! Mal gucken, was passiert, wenn wir da langen müssen! Ob wir da langen müssen! Hm! Alles klar! Hammer alles! Wir müssen jetzt immer noch die Bibliothek finden, wenn mich alles mich recht entsinnt, um die unsere letzten schweren Stiefel hier zu bekommen! Und außerdem außerdem Guck mal, Maschinengewehr. Cool. Außerdem wollte ich jetzt sagen, wir brauchen noch den Stimmverzerr und die Bibliothek los, weil... Komm runter! Sehr schön. Wo geht es denn hier lang? Kandidaten-Konservation. Waren wir... Von da sind wir ja gekommen. Ähm... Ja. Die große Suche. Ich guck mal auf die Karte, weil clever kann man es ja nicht machen. So, wir sind da. Hier unten haben wir noch einen Raum, wo wir noch nicht drin waren. Und da werden sich... Och, guck mal, was wir hier noch alles noch gar nicht erkundet haben. Wollen wir hier erstmal raussuchen und die ganze Karte sehen. Little Wonders. Ah ja. Gentunica. Wir sind jetzt hier... Sind wir jetzt hier auf diesen Zwischengang. Also von da nach da. Hier oben. Da nach da. Dann kommen wir da wieder raus. Schließen. Ich geh mal hier zurück. In die Haupthalle rein. Main Hall. Ach, alles klar. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Alles klar. Es ist der Haus. Zwei und noch. Zwei und noch. So. Das Erfinden vom Peck ist zur Zeit nützlich in Zeitvertreib. Neben Rohstofffarben erhalten Rapture. Während Sie in anderen beneilt. Wertvolle Gebrauchsgegenstände verwandeln können. Ah ja. Wenn Sie ein Peck erfinden erhalten Sie doppelten Exemplar. Das hört sich schon cool an. So. Wir haben nochmal hier Gesundheits-Upgrade. EVE-Upgrade. Und jetzt haben wir immer noch 159. Was können wir damit machen? Was nehmen wir? Vier Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Das heißt dieses hier. Machine Buster. Erhöht den Schaden, wenn du Kameraspots und Geschütze zufügst. So können wir das einsortieren. Aha. Aha. Ähm. Ja. Das heißt wir machen mal den hier raus dafür. Machine Buster 2. Knack. Und jetzt sind noch... Wir sind ja... Kö... Angriffe... Ähm... Ja. Wir sind ja hier bald durch eigentlich. Können wir telefonieren? Nö. Passiert nichts. Waren wir schon bei Little Wonders drinnen jetzt eigentlich? Hier erstmal wieder rauszoomen. Wir kamen jetzt hier noch links das Areal und gerade zu rechts. Bei Little Wonders waren wir gerade schon. Bei Little Wonders waren wir gerade schon. Warum nur die Mädchen? Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. So, und los geht's. Ach was. Nein. Weil er tot ist. Nein. Doch, doch, doch. So. Zwei von drei. Mal gucken, was passiert, wenn wir die dritte finden. Ob wir die dann immer noch, äh, nochmal ein Geschenk kriegen. Wäre ja super. Glaub ich auch weniger. Weil wir die eine halt exekutiert haben. Bisschen schade. Auf jeden Fall. Hier geht's nicht lang. Das bist, du bist auch nix. Ähm, und wir sind jetzt da. Alles klar. Ich lauf jetzt hier hoch und wieder raus. Ne, da war's nicht. Aber hier. Main hall. Mal. Wat. Irgendwas piept doch hier schon wieder. Und dann. Bibliothek. Da können wir rein. Optimal sind euige. Aber wir gehen erstmal hier rein. Was? Wer? Hier findest du den Stimmenverzerrer, mit dem du dich wie an Big Daddy anhörst. Grässliche Kreaturen. Hm. Hier finden wir den Stimmenverzerrer. Das ist ja super. Hier zum Beispiel. Äh. Wo häng ich denn hier fest? Ach, an der Überwachungskamera. Nein. Wo kommst du da raus? Wie, du kommst mich raus? Wie, du kommst mich raus? Scheiße. Du hast den traurigen Geld von Rhyme geplatzt. Träumen von dir. Glaubst du, Herr. Was hier ist es wert, gerettet zu werden? Dann kannst du ja bleiben. Und mich immer in diesem Tag rauslaufen. Es ist immer wert, gerettet zu werden. Meine Fresse. So. Hatten wir hier irgendwo ein Podshutdown eigentlich? Und ich sagte, oh ne, wie ist das? Ich renne mal hier ein bisschen weg. Aha. Aha. Hier gibt's. Wo ist sie? Da draußen? Warte, 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 warte. Ich hab's gleich geschafft. Ich hab's gleich geschafft. Da ist sie. So. Was nehmen wir denn jetzt mal? Wir nehmen mal den Chemo-Werfer. Und jetzt, ähm, Ionisches Geld. Ich hab' kein Geld mehr. Oh, komm schon. Nackt. Das war's. Da, äh, ja, lite, was ist, äh, ja, was ganz anders als die Bounzer-Mensch. Nein! 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 Hätte ich mal ein Foto machen können? Ich hab' Erinnerungen. Hm. Danke. Bitte, bitte! Tenbaum meldet sich nicht? scheiße so ich dachte ich könnte ja noch was kriegen liebe leute bevor wir uns jetzt hier den modifikator zulegen ja von tain ach jetzt haben wir hier glatt die auto hacker rausgeschmissen na gut liebe leute ich sage wie immer favorisieren abonnieren kommentieren liken und teilen natürlich haut rein bis zur nächsten folge dann werden wir ein stück mehr big daddy mit dem ding da hinten bis den